Wir beurteilen unser Gegenüber zunächst nach dem Aussehen, dann nach der Stimme und zuletzt nach dem gesprochenen Wort. Der erste Eindruck entscheidet darüber, ob der neue Kontakt positiv verläuft. Herr Kurtmann, möchten Sie die Beratung lieber aus beruflichen Gründen oder wollen Sie sich einfach privat mal was Gutes tun? Seit vielen Jahren ist Astrid Fiedler als Farbstil- und Imageberaterin für Einzelpersonen und Gruppen tätig. Augen-, Haut- und Haarfarbe sind für die Farbgestaltung der Kleidung äußerst wichtig. In dem ausführlichen Beratungsgespräch werden zunächst Ihre Wünsche und Ihr Bedarf abgeklärt. Während der Beratung sehen Sie selbst, mit welchen Farben und welchem Stil Sie frischer, gesünder und souveräner aussehen. Typgerechte Kleidung, die passende Brille, die richtige Frisur. Astrid Fiedler berät Sie kompetent und unabhängig. Im Friseursalon Böttcher findet die professionelle Umsetzung der Beratung statt. In Firmen- und Weiterbildungseinrichtungen bietet Astrid Fiedler Ihre Spezialkenntnisse an. Der erste Eindruck ist entscheidend. Astrid Fiedler hilft Ihnen, den besten Eindruck zu hinterlassen.